Herzlich Willkommen bei der Serie, dass der Treiberplatz der Anstellung ist. Wir werden jetzt hier bei dieser Verkünfteilung anstrengend sein, wenn Sie nach unten haben, zu Ihren Fahrzeugen, zu Ihren Koppi, dann sehen Sie die Stellungsteilung, die auch mit dem Untersteller. Wir werden heute später fahren durch die Bühne, aber wenige, die ich früher kam, sind hier meistens auf. Das heisst, wir werden verlinkt noch, dort in Hümpchen, dann war Platz Freira, aber das kann ich auch nicht mehr garantieren, weil das ist ein ziemlich grosser eine Vorstellung, das jetzt nicht mehr zu fahren. Wir werden auch die längsten Wetter-Info sehen, auf der Seite, dann können wir die Wetter-Info-Teilung an, es gibt diverse andere Vorstellungen, die ich wirklich versuche, wie da, die gleich mit der Einheit der Anbettung, hier, die der Quotierwerke, dann können Sie das auf unserer U-Base-Site, Hier gibt es auch ein Dom, ebenso gibt es einen Rottkartesverlangen. Hier sind wir eintragen, weil es notwendige Optionen gibt. Das erkennt man, wenn man verlassen. Die Docklinie recht herzlich müssen lassen. Die Oberhandlung könnt ihr bitte ein bisschen zeigen. Unsere Vorzeuge für unsere Vorrede. Hier haben wir noch einen anderen Anlass mit der Begleisung. Die Oberhandlung ist der Karte. Die Oberhandlung wird in der Karte. Die Oberhandlung ist der Karte. Die Oberhandlung ist der Karte. Untertitelung des ZDF, 2020